Am 22. September veranstaltet die DHC von 10 Uhr bis 10.45 Uhr eine kostenlose Web-Session zum Thema Regulatorische Aufgaben mit künstlicher Intelligenz besser bewältigen. Den Link zur Anmeldung und weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite unter www.dhc-consulting.com in der Rubrik Termine. Falls Sie an diesem Termin keine Zeit haben sollten, ist das kein Problem. Wenn Sie sich anmelden, senden wir Ihnen die gezeigten Folien und den Link zur Aufzeichnung im Nachgang per Mail zu. Wir freuen uns auf Sie!